So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Es ist wieder soweit, es ist Montag und wir haben eine weitere Folge Max Out Monday für euch vorbereitet. Ich hatte ja ein Ziel, ich wollte in den zwei Wochen jetzt wohl Lugia zurückkommen, auch wenn es nicht das krasseste Pokémon ist. Trotzdem ist es einfach mächtig, legendär. Ich wollte 100% Lugia bekommen. Damals habe ich noch keins bekommen. Ob ich jetzt eins bekommen habe, das seht ihr gleich. Es steht eigentlich schon im Titel, ich habe eins bekommen, also es ist auch egal. Aber ich habe sogar zwei bekommen, 200%ige, mit denen hätte ich gar nicht gerechnet. Und das wollen wir natürlich auf Level 50 maxen. Gleichzeitig ist immer noch das Psychospektakel, aber nicht mehr so lang. Das ist nämlich nur noch bis, wenn ihr das wissen wollt, guckt ihr in den Heute-Tab. 5 Stunden und 27 Minuten, ja. Bis heute Abend also. 20 Uhr. Passt. Wunderbar. Dann ist das auch vorbei und weil Psychospektakel ist, werde ich in der Folge auch noch ein paar Psycho-Pokémon maxen auf Level 50 mit 100%. Jetzt aber ganz kurz noch eine kleine Ansage, was total wichtig ist. Und zwar, erstens, morgen ist Raid-Boss-Wechsel. Morgen kommt also Wesprit, Selfe und Toputz in die 5er-Raids, aber in ihren jeweiligen Regionen. Das heißt, wir bekommen dann gefühlte drei Wochen Wesprit-Raids. Was irgendwie, weiß ich nicht, finde ich von den dreien irgendwie das Blödeste. Selfe im Asien-Pazifik-Raum, was viele als Favorit ansehen. Aber ich feiere am meisten eigentlich Toputz, was so in der Amerika-Region rumhängt. Dieses Blaue. Weil das erreicht auch die höchsten Wettkampfpunkte, das hat die besten Werte. Weil alle drei Pokémon relativ gleich sind, müsste das also auch das stärkste und nützlichste allgemein sein. Alle drei erstmals als Shiny erhältlich. Wir werden also wieder Raid-Manias machen am Mittwoch, wo ihr mich einladet. Aber halt so Wesprit, außer es ist was anderes dabei, dann nehme ich das auch an. Und an den Wochenenden wollen wir schauen, dass wir Raids für Zuschauer machen. Aber bevorzugt mit Selfe und Toputz, weil ihr die ja hier bei uns nicht raiden könnt. Für alle, die Hilfe bei Wesprit brauchen, haben wir ja trotzdem Pogo-Raid nochmal ausführlich vorgestellt. Können da in die Beschreibung gucken, ist alles verlinkt. Und wir haben auch unsere Telegram-Raid-Gruppe, wo die Leute hier sich verabreden können. Das sollte reichen. Dann muss ich noch eine traurige Nachricht verkünden. Und zwar, heute Abend gibt es kein Chill mit Ramses Livestream. Denn Pupsi hat gesagt, heute Abend ist irgendwie 10-jähriges Jubiläum von Berlin Tag und Nacht. Und sie möchte heute Abend am liebsten das mit mir gucken, weil zur Feier des 10-jährigen Jubiläums, gibt es da einen Amoklauf? Wie kann man denn besser feiern in einer RTL 2 Serie, ohne einen Amoklauf zu veranstalten? Also ist da Hochzeit, wird gecrashed, Amoklauf, zack, 3 Stunden Berlin Tag und Nacht. Das wollte sie heute gucken, mit Snacks, vielleicht Raclette. Deswegen wird sie dann heute kommen. Normalerweise ist sie am Montag nicht da. Wir werden uns einen gemütlichen Abend machen. Ich muss euch leider vertrösten. Da geht das Private dann doch ein bisschen vor, sagen wir mal. Nächste Woche dürfte aber alles ganz normal ablaufen. Das heißt, in letzter Zeit sind eh relativ wenige Videos gekommen von den Leuten, die wir sonst immer schauen. Bis nächste Woche ist vielleicht mehr da und wir bringen mehr Würze rein. Wer trotzdem Chill mit Ramses haben will, der kann ja den Stream von letzter Woche gucken. Der war nämlich sehr tiefgründig und sehr aufschlussreich. Da waren richtig heftige Gespräche dabei. Da habe ich auch viel von mir privates preisgegeben und offenkundig da gelegt, weil eben ein Zuschauer auch Probleme hatte, dem es auch nicht so gut ging. Wir haben da offen im Stream die ganze Zeit geredet, gemacht, getan. Das fanden viele richtig krass, richtig cool. Und dafür schätzen sie eigentlich mich und den Kanal. So, jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Thema. Und zwar möchte ich erstmal ganz kurz anfangen. Ihr seht, ich habe hier einen Simsala als Buddy. Da bin ich nämlich gerade auf dem Weg. Ein Simsala zum Best Buddy zu machen, weil Simsala ja auch ein Pokémon ist, was dann eben wieder eine Mega-Entwicklung bekommt. Und ich möchte eins jetzt auch hier auf Level 50 ziehen. Zum Beispiel das hier. Könnt ihr mal kurz in den Pokédex schauen. Simsala 28, 24, 2. 167, 144, 1. Und hier 7402, 5608, 2. Shinies sind natürlich auch alle am Start. Sehen halt jetzt nicht so spektakulär aus, außer hier sieht man einen deutlichen Unterschied. Das ist auch wieder ein 100%iges. Das werden wir jetzt auch hochziehen auf Level 50. Wir drücken also einmal nach links. 250.000 Staub, 296 XL Bonbons, 399 dazu. Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Jetzt auf 3456 gemaxed. Ich habe mir eh vorgenommen, ich wollte eine Geowatz-Armee mit 6 Stück auf 50. Machomai-Armee 6 Stück auf 50. Simsala gehört dann auch dazu. 6 Stück auf 50. Gengar würde vielleicht auch noch dazugehören. Weil das sind einfach die coolsten Pokémon aus der ersten Generation. Und meiner Meinung nach halt meine Lieblingsgeneration, meine Klassiker. Deswegen so eine 6er Simsala-Armee, ob die jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahingestellt, ist mein Ziel. Genügend XL sind auch da. 1700 hat man da glaube ich gebraucht. 1770 irgendwas ist da. Werde ich in Ruhe dann auch machen. Jetzt haben wir erstmal den hier auf Level 50. Psychoklinge Spukball. Ihr könnt ja mal reinschreiben. Wir geben dem gleich mal zusätzlich noch eine neue Attacke. Ein 100er gemaxed auf 50. Braucht auf jeden Fall zwei Attacken. Psychoklinge Spukball sehr. Was ist das beste Moveset für den? Schreibt es mal rein. Wenn ihr da eine Idee habt, dann kann ich das natürlich noch anpassen. Ist sogar aus München-Bayern. Ich kann doch mal bewerten, dass ihr seht, dass das ein 100er ist. Das, der erste Streich. Dann habe ich gesehen, der Benni, dessen Ziel war es ja, irgendwie Hypno auf Level 50 zu bekommen. Was so ein cooles Pokémon für die Superliga ist. Und was er jetzt... Hypno. Was er jetzt als möglichst gutes, IV-mäßiges auf Level 50 ziehen wollte für die Hyperliga. Das ist auch ein 100er mit Konfusion-Fokus-Stoß. Das hat 1732. Auf Level 40 hätte das... Ich will mal kurz nachschauen. Auf Level 40 hätte das 2090. Das ist für die Hyperliga natürlich sehr wenig. Aber wenn wir das einmal so ziehen, hätte das 2363. Was natürlich mehr an die 2-5 rankommt als normal. Ich habe keine Ahnung, warum ich das gerade tue. Weil es eben zum Psycho-Event passt. Ob ich das jemals in der Hyperliga einsetzen werde, weiß ich noch nicht. Wir pushen es einfach trotzdem mal. Die Ressourcen sind ja da. Wir geben auch hier eine neue Attacke noch gleichzeitig mit drauf. Und haben jetzt auch hier Konfusion-Fokus-Stoß sehr. Auch hier gerade Frage an Benni. Was ist ein gutes Moveset für Hypno? Und sollte den man wirklich in der Hyperliga spielen? Ist das ein Brummer? Ist das kein Brummer? Gucken auch hier nochmal kurz drauf. 100% auch in der Nähe von München-Bayern. Von 2017. Ich glaube, das sind genau die Pokémon, wo wir damals in der Purge, wo Hong auch immer am Start war und eben der Philipp von Pokemuck Purges veranstaltet hat. In München und Umgebung, wo Safaris waren, wo Safari-Zonen waren, auch Prag, Gera, Dingsbums hin und her. Das waren auf jeden Fall alles heftige Zeiten. Jetzt haben wir das auch fertig und möchten noch einmal auf Lugia. Erstmal Lugia und Schilland anschauen, wenn ich das hier hinkriege. So, Lugia, Schilland haben wir nämlich jetzt insgesamt 10 Stück. Ein Lucky Shiny, ein paar zum Tauschen, ein paar so. Wie viele? Das ist auf 40. Ja, ich fau so bestimmt schlecht. Wie viele Lugia haben wir jetzt insgesamt gemacht? 295, 185 gefangen. Diese schlechte Quote kommt natürlich von der Raid Mania, wenn ich immer Speed Rates mache, immer von Einladung zu Einladung zu Einladung hüpfe. Immer Mittwochs könnt ihr das ja sehen. Immer flieh, wenn es kein 100er oder kein Shiny ist. Da ist in einer Folge vielleicht 20 Raids, die ihr dann eben stehen lasst. So werdet ihr dann vielleicht bei 225 ungefähr. Trotzdem konnte man da keinen Fangtrick machen, ist etliches natürlich geflohen. War eine komische Sache. Wir können den auch mal ganz kurz bewerten, was es hier aussagt. 14, 12, 15 müsste ich jetzt nicht unbedingt pushen. Den lassen wir mal weg. Trotzdem habe ich mir die 100er, die ich hatte, beschriftet. Und zwar Lugia und vier Sterne. Und da seht ihr genau zwei Stück. Eins, was beim 1096. Raid kam. Und dann noch eins beim 243. Hinterher auf der Suche nach den 300XL Bonbons. Wir können das auch jetzt hier bewerten. 100% 1.9 New York und hier 100% 4.9 Spanien. Das ziehen wir jetzt erstmal auf 40. Das muss ich mir jetzt nämlich mal anschauen. Ganz genau. 248 immer. Kommt auf 3.700. Drei. Ist auf jeden Fall eine Wucht. Und das. Das auf 50 direkt. Ja, wollen wir das machen. Das zweite, das zuletzt gefangene. 475.000 Staub. 248. Normale Bonbons und 296 XL. Wir geben hier auch einen Power-Up. 2071 WP dazu auf 4.186 Drachenrude Luftstoß. Hier auch Drachenrude Luftstoß. Und natürlich an euch auch wieder die Frage. Kann das was? Ist das was? Wäre das was? Auch für die Meisterliga? Ich glaube, viele haben in letzter Zeit gesagt, dass Luke ja in der Meisterliga trotzdem jetzt ein guter Konda ist. Mit XL. Welche Moves braucht man wieder? Welches Moveset ist da gut? Ich habe jetzt mein 100% Luke ja auf Level 50. Jetzt habe ich leider keine XL-Bombombs mehr. Hier habe ich noch eins auf Level 40. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Hat mich gefreut. Es hat gar nicht so lange gedauert gefühlt. Ging das richtig gut ab, da die 200er zu bekommen. Jetzt bei Selve, Tobuts, Vespret habe ich eigentlich gar keine Ziele außerhalb von jedem einen Shiny zu bekommen. Was vielleicht jetzt nicht so lange dauert oder nicht so schwer ist. Von jedem einen 100er. Wenn es einen 100er gibt bei irgendeinem, ist das okay. Nehme ich natürlich mit. Aber die sind für mich jetzt wirklich erstmal komplett uninteressant als 100er zu bekommen. Ich werde meine täglichen Raids machen, meinen täglichen Pass raushauen. In der Raid Mania werde ich ja eingeladen, vermutlich zu Vespret. Wenn da ein 100er dabei ist, okay, nimmt man das mit. Aber ansonsten werde ich es da erstmal wieder langsam angehen lassen. Freue mich aber unbedingt drauf, wenn Giratina kommt. Irgendwann, vielleicht, hoffentlich im Oktober dann. Wird er auf jeden Fall zur Jahreszeit passen. Da brauche ich nämlich noch XL und einen 100er. Habe nur einen 98er auf 40. Da möchte ich auch einen 100er auf 50 noch haben. Unbedingt. Da muss wieder geradet werden. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Also wieder drei neue Pokémon auf Level 50 gepusht. Und schreibt rein, welche Movesets sind die besten. Was kann man da noch ändern? Wie war eure Ausbeute? Was habt ihr bei Lugia bekommen? Habt ihr einen 100er bekommen? Konntet ihr 1 auf 50 ziehen? Wie viele Raids habt ihr gebraucht? Wie viele Raids habt ihr gemacht? Und freut ihr euch auf das Sehen? Trio! Das war es von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Peace out, Vorhaut. Peace out, Vorhaut.